hallo ihr lieben hier ist der michael von jetzt selbstsicher.de einen wunderschönen guten morgen ja ihr seht mich heute in ungewohnter umgebung und mit einem neuen format denn ich habe jetzt vorgenommen die nächsten wochen zumindest bis zum selbstsicher kongress vielleicht darüber hinaus je nachdem wie es bei euch ankommt jeden morgen circa 7 uhr ein selbstsicher morning zu machen und ihr merkt oje oje ich bin noch nicht ganz fit aber ja das ist glaube ich ganz gut auch für mich wenn ich so früh mal schon live bin und ich bin mal gespannt ob ich zuschauer bekomme ich habe es nicht angekündigt das werde ich vielleicht die nächsten tage tun aber erst die ersten paar tage werde ich mal so ein bisschen versuchen wie es läuft ob ich das überhaupt hinkriege ich habe gerade noch orangensaft getrunken und das reizt bei mir immer so ein bisschen aber worum soll es hier überhaupt gehen also ganz einfach es geht natürlich um das weite weite felder selbstsicherheit aber nicht um so einfache tipps wie ich sie auch hier manchmal schon gegeben habe wie beispielsweise stehe gerade oder ähnliches weil selbstsicherheit ist natürlich wesentlich mehr selbstsicherheit geht man mindestens auf drei ebene wenn wir das so anschauen dann gibt es eben einerseits dieses wie fühle ich mich also fühle ich mich sicher und in dem moment sind wir bei all dem was somit unsicherheiten hemmungen blockaden ängsten zu tun hat und da sind wir auch relativ schnell dann beim unterbewusstsein das uns da steuert beim glaubenssätzen bei solchen dingen also verdienen die glaubenssätze nicht kennen das sind so feste überzeugungen über mich selbst über die anderen über die welt die unser ganzes leben steuern also dass die bestimmen wie ich über dinge denke und so weiter das sind glaubenssätze und also das ist das eine dass wir eben dieses wie fühle ich mich und und da sind wir beim unterbewusstsein das andere ist auch wie wirke ich denn nach draußen und das ist ja das was ganz ganz viel für ganz ganz viele im job zum beispiel wichtig ist wir nehmen mich andere ernst nämlich andere war halt mich andere für kompetent kann ich andere überzeugen kann ich andere gewinnen also all diese dinge die im job durchaus ganz wichtig sind und zwar vollkommen egal ob du angestellt bist ob du selbstständig bist ob du mitarbeiterinnen mitarbeiter bist ob du chef bist chefin bist ganz egal es geht immer darum wie werde ich von anderen wahrgenommen und werde ich ernst genommen und wenn jemand unsicher wird wirkt dann trauen wir dieser person automatisch auch weniger zu das ist ein mechanismus der nichts mit dem denken zu tun hat nichts mit dem verstand zu tun hat sondern der auf einer tieferen ebene automatisch wirkt und da kann man noch so viel dazu sagen und da kann man auch wissen wo derjenige hat diplom und doktortitel was auch immer nein das alleine reicht nicht wenn jemand unsicher wirkt dann kann er noch so viele titel haben und noch so viel ausbildung noch so viel tatsächliche kompetenz es kommt nicht beim anderen so an und die dritte ebene das ist so eine ebene die ja die ist ein bisschen komplexer und auch nicht so ganz einfach zu erklären und vielleicht auch nicht so ganz einfach zu verstehen und vielleicht auch nie so richtig wirklich zu ergründen aber den weg dorthin die suche dorthin die suche danach die ist unheimlich spannend und unheimlich befriedigend und ich rede von seiner art ja spirituellen ebene von einer ebene des höheren selbst oder überhaupt des selbst da gibt es so ganz viele bezeichnungen drüber und die frage ist ja die ich habe als erstes von dem unterbewusstsein gesprochen und da sind wir bei der psyche da sind wir bei dem was das wo in uns abläuft und das sicher schon vom inneren kritiker oder von inneren stimmen gehört also so dieses unsere gedanken die wir so haben und wir haben ja so je nach studie zwischen 30 und 80 tausend gedanken am tag und einige davon sind uns bewusst und ganz viele sind unbewusst und permanent sind wir am denken und wenn du mal versuchst an nichts zu denken dann wird dir das kaum gelingen weil sofort wieder irgendwelche gedanken kommen nur das spannende ist ja wir können diese gedanken beobachten wir können sie bewerten und das sind komischerweise nicht wirklich das gleiche wie diese anderen gedanken diese beobachtungen diese bewertungen und sagen wir mal so wenn wenn das da innere stimmen gibt da reden wer hört denn dazu und das ist so eine bestimmte instanz ein selbst eben nicht das ego nicht die die gedanken nicht der verstand sondern das selbst dass das ist vielleicht das wahre der wahre kern von dir das wahre du und dieser teil der ist ja da ist eigentlich nur zu erleben wenn nicht der verstand lauter ist und das ist die problematik problematik in anführungszeichen dass der verstand dauernd da ist seit wir denken können denken wir und zwar permanent und an was denken wir wir denken an das was früher war was wir wahrgenommen haben was wir abgespeichert haben was wir uns gemerkt haben was wir erlebt haben und schöpfen daraus eine gewisse erwartung in die zukunft das heißt durch das wie du geprägt bist was du erlebt hast oder auch was du nur beobachtet hast weil wir eine sehr starke empathie haben da reicht oft schon eine beobachtung dass daraus gewisse gedanken in die zukunft entstehen diese gedanken in die zukunft die erzeugen zum beispiel ängste also wir haben eine unbestimmte angst vor irgendetwas weil wir früher damit was schlechtes erlebt haben sei es ablehnung sei es peinlichkeit sei es potenzielle gefahr meistens eine vermeintliche gefahr etc und das sind die drei verschiedenen instanzen ich möchte diese sachen diese selbstsicher mornings immer nur sehr sehr kurz machen aber ich denke das ist eher was was so für die leute beim aufstehen beim frühstück oder auf dem weg in die arbeit interessant ist und da hat man meist nicht allzu viel zeit und es ist auf sieben minuten gedacht und die haben wir jetzt auch in insofern freue ich mich wenn du morgen um sieben wieder dabei bist ich bin wieder da bis morgen ciao alles liebe dein michael